Dies ist ein Hörerlebnis von Jumbo Neue Medien und Verlag GmbH. Nala und Jakob wurden erstmal von Morty und Schlotti begrüßt und Einstein ließ sich doch tatsächlich herab, seinen kuschelweichen Ponyton zu verlassen. Nala versuchte, mit zwei Händen drei Tiere zu kraulen. Beinahe hätte sie sich dabei verknotet. Gar kein Haustier dabei, ihr beiden? fragte Papa. Na, keine Sorge, auch unbegleitete Zweibeiner bekommen bei uns Kuchen. Aber ich hab doch ein Haustier. Zwei sogar, rief Jakob. Wo denn? Elli sah sich suchend um. Ich runzelte die Stirn. Du meinst jetzt aber nicht ein Käfer oder eine Spinne. Nicht, dass mich das gestört hätte. Ich liebe alle Tiere, auch wenn sie mehr als vier Beine haben. Also Spinnentörtchen gibt's hier nicht, stellte Papa klar. Jakob griff mit der einen Hand in seine linke und mit der anderen in die rechte Hosentasche. Darf ich vorstellen? Chili und Schote. Auf jeder von Jakobs Handflächen saß eine Maus. Chili hatte rotbraunes Fell und Schote graues. Nagerkekse sind noch in der Entwicklung, sagte Papa. Und pass bloß auf, dass dir die zwei nicht entwischen. Keine Bange, die sind super zahm. So süß! Vor Begeisterung quietschte ich selbst wie eine Maus. Darf ich? Jakob nickte. Langsam streckte er sie mir entgegen. Ich kraulte Chili ganz vorsichtig. Sie saß so still da, als wäre sie aus Plüsch. Also jedenfalls so lange, bis ich ein samtpfotiges Plumps hörte. Und dann noch eins. Und jemand Miau machte. Ich fuhr zusammen. Und Chili sprang mit einem Satz von Jakobs Hand. Schote hinterher. Schwupps waren sie unter der Theke verschwunden. Bertram, wo kommst du denn her? stieß ich hervor. Frau Stocks Kater schielte mit funkelnden Augen in Richtung Theke. Dann schlägte er seiner neuen Katzenfreundin Bärbel über die Schnauze. Die beiden mussten die ganze Zeit stumm auf einem Schrank gesessen haben. Jakob starrte sie an. Lass bloß Chili und Schote in Ruhe! Papa atmete tief durch. Fang die Mäuse wieder ein. Ich lenke so lange die Katzen ab. Was im Klartext hieß, Törtchenbuffet für die Miezen bis zum Abmauzen. Erst nach über einer Stunde hatten wir die Mäuse eingefangen. Und Bertram? Der saß längst wieder auf dem Schrank. Zusammen mit seiner angebeteten Bärbel. Er hatte anscheinend eingesehen, dass seine große Liebe viel wichtiger war als jede Maus auf der Welt. Ein Glück, dass morgen die Schule wieder losgeht, brummte Papa. Dann ist hier wenigstens Vormittagschaospause. Schule, stöhnte Elli. Früh aufstehen, Mathe. Ich seufzte mit. Schließlich war ich die Neue in der Klasse. Und das war am Anfang immer doof. Aber eigentlich, so neu war das alles ja gar nicht. Immerhin kannte ich schon Elli, Nala und Jakob. Naja, vielleicht wird es ja ganz lustig. Wieder konnte Elli nur stöhnen. Damit Schule lustig ist, müssten wir schon Einstein mitnehmen.